Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Hyper Light Drifter, wollte ich schon sagen. Overwatch, Blizzard's Overwatch. Wir spielen den ersten Heiler und zwar den Lucio. Den ich überhaupt nicht verstehe. Also, pass auf. Ich kann hier weg, also hier bin ich schnell, ne? Wenn dieser Pfeil ist, dann kann ich hier auf Shift, kann ich auf Heilung, das heißt, ich heile mehr. Und hier, so steht das da. Crossfade steht da. Wechsel zwischen zwei Songs. Der Heilungsboost heilt nahe Verbündete. Die wird einfach so geheilt, wenn ich in der Nähe stehe, oder was? Der Tempo-Boost erhöht ihre Geschwindigkeit. Okay, gut. Das heißt, am Anfang hier Speed rein. Und wenn wir da sind, dann auf Heilung und gut ist. So, dann kann ich einfach mit links hier schießen. Das habe ich auch schon probiert. Das macht hier genauso viel Schaden, wie wenn ich auf Tempo-Boost bin. Brauche ich vier Schuss. Dann sind die tot. Dann kann ich Schallwelle machen. Da steht zwar kein links dran, aber das ist einfach hier mit rechter Maus. Das hat aber ein bisschen Nachladezeit. So. Und dann kann ich aufdrehen. Und zwar kann ich dann noch schneller laufen. So, okay. Ja, ist ja noch mal ein Stück schneller, ne? Das heißt, Heilungsboost und E, und dann ist man noch mal schneller. Und ich kann Wallride machen. Das sieht so aus. Komme ich da ganz hoch? Schaffe ich das bis da hoch? Ja, geil. Okay. Ich habe es einigermaßen verstanden. Ich finde den Charakter immer noch komisch. Und, ähm, jetzt spielen wir eine Runde. Spiel gefunden, los geht's. Cool. Wahrscheinlich wieder mitten rein irgendwo. Tempel des Anubis. Was soll das nochmal? Ah, hier. Heiler. Haben wir schon einen Heiler hier drin? Nö, ne? Wir heilen einfach mal. Wir müssen verteidigen. Okay. So sehe ich das jetzt. Man bleibt hier einfach stehen. Hör auf mit dem Quatsch und macht das bereit. Okay. Ja, geil. Der Pete. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Schaut euch dieses Thema. Das wird auch ein Spaziergang für uns. Zeit, den Akku aufzuladen. Das ist die Frage, wie groß ist der Umkreis, in dem ich heile, ne? Wehe ich das irgendwo? Oh, der surft hier rum. Das ist echt krass. Kann ich jetzt zum Beispiel hier Ballride machen? Kann springen? Ja, das geht. Cool. Wo sind sie? Ich bin ja Heiler. Komm her. Muss ich den jetzt treffen? Der heilt automatisch. Ist ja cool. Okay, das geht nicht. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Ja, ich probiere es. Also, ich finde den ganz komisch, den Charakter. War da nicht einer? Ich habe doch was gehört. Hier war einer. Ja, keine Chance als Heiler. Echt keine Chance. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? So, ich muss zu meinem Team und dann dort bleiben. Dieser Ballride ist auch sehr komisch. Ja, verteidigen. Tja. Ich habe gedacht, da wären vielleicht noch ein, zwei von uns. Aber nein. Tja. Was soll ich machen? Ich bin Heiler. Kommen sie schon. Boah. Ich habe halt auch echt keine Ahnung. Wo mir kann sich niemand verstecken. Ich habe echt keiner. Da. Ey, guck mal. Wie schnell ich down bin. Ist doch krass. Was soll ich denn machen? Das ist ein Tank. Jetzt wird's massiv. Was soll ich denn? Boah. Wie ey. Es ist auch ganz komisch, wie der sich bewegt, ne? Ja. 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 Was? So eine Reichweite hat er. Ist ja heftig. Das war die Diva, ne? Also das macht mir mal überhaupt keinen Fun, muss ich sagen. Da ist noch einer. Boah, wie soll ich da rauskommen? Heftig. Das Match verlassen. Okay, wer geht denn da während dem Spiel raus? Klar verlieren wir das, aber ist doch wurscht. Ist eine Beta. Meine Güte. So. Gut, der junge Mann. Oh, ist er. Was für eine Stunde. Na drüben, andere Seite. Ups. Na, das wollte ich gerade zum Wallride ansetzen. Naja. Scheiß Charakter, ganz ehrlich. Scheiß Charakter. Mach kein Damage. Ich muss in der Nähe sein, um die zu heilen. Verstehe ich nicht, den Charakter. Finde ich nicht gut. Was macht mein Ulti nochmal? Guck mal, ich schieße hier drauf. Ich treffe die ganze Zeit. Und trotzdem passiert nichts. Oh, hat der die Ulti an? Nein, hat er nicht. Machen wir nichts. Die Stunde hat geschlagen. Oh, oh. Auch zurück. Auf Heal. Natürlich. So, geht der wieder hoch? Ja, der geht hoch. Okay. So, der ist auch weg. Ja, bitte, bitte. Sehr gut. Oh. Danke. Geht der Punkt schon wieder weg? Nein. Also, schnell hier gucken. Ja, mach du mal da weiter. Ich bleib auch viel. Was macht nochmal die Ulti? Ich will das nochmal kurz lesen. Schilfe, Bull in der Nähe. Oh, 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 oh. Oh, hab's gesehen. Scheiße. Hab's zu spät gesehen, wollte ich sagen. Krass, kommt der da drüber? Das hab ich auch nicht gewusst. Kommt der da drüber, ne? Werden viele hinter sich? Nein, nein, jetzt kurz vor knapp. Scheiße. 20 Sekunden vor Schluss. Wenn überhaupt. Oh, Mann. Tja. Ihr habt's gesehen, Lucio. Obwohl zum Schluss, muss ich sagen, gar nicht mehr so schlimm. Gar nicht mehr so schlimm. Ich geb mir selbst. Ich bin der Heiler. Ich geb auch allen anderen Heilern immer ein Bunny. Ein Bunny. Einen Haken. Und dann mach ich das bei mir auch. Episch. Danke. Danke. Episch. Ja, seht ihr, das war das erste Mal, dass ich mit Lucio gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das Karriere unten drunter durchschnittlich 5 Kills heißt. Keine Ahnung. Naja. Ja, nochmal spiele ich mit dem jetzt nicht. Der reicht mir. Guckt euch das nächste Video an von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.